Betrügt mich das Finanzamt. Wie hoch ist der Rentenfreibetrag der Altersrente? Welche einer EM-Rente nachfolgt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ein Dauerbrenner in den vielen Fragen, die wir auf Rentenbescheid24.de erhalten. Ich bekomme seit Dezember 2004 eine Rente wegen Erwerbsminderung, die hoffentlich bis zum Eintritt meines Regelrentenalters weiter bewilligt wird. Ich habe einen Behindertenausweis mit Grad der Behinderung 50 und kann nach meiner Information schon mit 65 Jahren in Rente gehen. Das wäre im Jahr 2026. Wie hoch wird es jetzt sein mit der Besteuerung der Altersrente? Gilt das Eintrittsjahr, das von 2004 oder das von 2026 für die Altersrente? Dann wäre ja der Besteuerungsanteil, wenn 2026 gelten sollte, viel höher und ich müsste dem Finanzamt dann Steuern zahlen, was ich aber nicht möchte. Oder betrügt mich das Finanzamt? Also ich kann Sie erstmal beruhigen. Das Finanzamt muss sich an den Buchstaben des Gesetzes halten. Es wird Sie nicht betrügen, sondern es wird hier die entsprechenden Vorschriften auszulegen haben. Und es kommt hier auf die Sonderregelung des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe A, Doppelbuchstabe AA Satz 8 Einkommenssteuergesetz an. Also eine fürchterliche Paragrafenkette, die ich Ihnen gerade genannt habe. Und diese Vorschrift regelt, dass für Renten, die nach dem 31.12.2004 aus derselben Versicherung einander nachfolgen, also zum Beispiel eine Altersrente anstelle der zuvor gezahlten Erwerbsminderungsrente hier, der entsprechende Besteuerungsanteil anzuwenden ist. Und in diesen Fällen richtet sich der Prozentsatz zur Ermittlung des Besteuerungsanteils der nachfolgenden Rente nach dem Jahr, das sich rechnerisch ergibt, wenn die Laufzeit der vorgehenden Rente von dem Jahr des Beginns der späteren Rente abgezogen wird. Mindestens jedoch bleibt es beim Besteuerungsanteil 50%. Das Finanzamt zieht in Ihrem Fall zur Ermittlung des prozentualen Besteuerungsanteils vom tatsächlichen Rentenbeginn der Folgerente die Laufzeit der vorherigen Rente einfach ab. Grobes Beispiel, die EM-Rente betrug bei Ihnen im Jahr 2004 10.000 Euro, also das war der Jahreszahlbetrag. Davon waren ab 2005 50% steuerfrei, also Rentensteuerfreibetrag 5.000 Euro. Die Altersrente, die im Jahr 2026 bei Ihnen dann kommt, hat jetzt zum Beispiel eine Jahreshöhe von 13.000 Euro. Davon werden 50% steuerfrei gestellt, also hier 6.500 Euro. Sie sehen also anhand dieses Beispiels, dass der Besteuerungsanteil, die 50%, die Quote, in Ihrem Fall gleich bleibt. Damit wird nach der Lesart des Gesetzes Ihre Altersrente im Jahr 2026 rechnerisch den Besteuerungsanteil haben, den Sie wegen der EM-Rente schon hatten oder zumindest diesen Prozentsatz. Ich rate Ihnen aber zwingend, dass Sie sich beim Finanzamt nochmals eine Auskunft einholen, weil meine Rechtsauffassung nicht immer maßgebend sein muss. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentengescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und Rentenberater Peter Knöppel